Hi und herzlich willkommen zu meinem Mitkochs-Video. Ich habe heute mein Thema für euch. Und wegen der Transparenz. Heute ist bei mir noch Januar. Und zwar in der letzten Januarwoche, Mittwoch. Oh, wartet. Der 29. Wir haben heute den 29. Januar. Gut. Vor kurzem, es ist nicht so lange her, habe ich ein Video hochgeladen. In dem ging es um das Thema, dass sich die Leute so gerne aufregen. Und dass es da einen Skandal gab zum Thema, dass sich einer als schwul geoutet hat, der aber gar nicht schwul war. Und ich muss im Nachhinein sagen, ich war vielleicht ein bisschen patzig gegenüber den Leuten, die da was... Und ich muss auch zugeben, dass ich bezüglich dieses Themas nicht ganz objektiv war. Es war nämlich wie folgt. Also zum einen, wir haben in unserem Bekanntschaftskreis auch viele homosexuelle Leute. Viele, ich weiß nicht. Trifft es viele? Ja, wir haben halt ein Paar. Also jetzt nicht so ein Paar im Sinne von Pärchen, sondern halt auch ein paar Leute. Und ich bin total dafür, dass Schwule und Lesben die gleichen Rechte haben. Und ich bin auch da jemand, der... Ich finde es auch nicht toll, wenn es jemand denen schwerer macht. Aber... Und das ist etwas, was ich vielleicht hätte an dem Tag des Videodrehs sagen sollen. Es gab da etwas, was mich furchtbar aufgeregt hat. Und aufgrund dieser Aufregung habe ich angefangen, das Video zu drehen. Und zwar habe ich ein Video angeschaut von einem, der gesagt hat... Also ich kann es euch jetzt nicht wortwörtlich wiedergeben, ist schon ein bisschen her. Aber der hat gesagt... Also er findet, dass es unmöglich ist, dass man den Schwulen und Lesben es schwerer macht. Und er ist total dafür, dass alle Menschen gleich behandelt werden. Das ist nämlich ein wichtiger Teil des Satzes. Und er findet, dass die Person, die das gemacht hat, ein echter Spacko ist. Und... Es war so dieser... Entschuldigt, dass ich dieses Wort genutzt habe. Und ich finde es auch nicht so schön. Aber... In dem Moment, als ich dieses Wort gehört habe... Und ich habe an mehreren Stellen dieses Wort vor Jesu Videos gesehen und gehört... Da ist bei mir ehrlich gesagt dann erstmal die Hutschnur geplatzt. Ich bin hochgegangen wie ein HB-Männchen. Und in diesem... Ja... Unschönen Moment habe ich dann dieses Video gedreht. Und ich kann euch auch gerne erklären, warum mich das so aufgeregt hat. Weil... Ich finde es ein unmögliches Ding und eine unglaubliche Frechheit, dass man auf der einen Seite eine Menschheitsgruppe verteidigt. Und sagt, die müssen wir unterstützen. Und dabei eine andere Menschengruppe komplett... Ähm... Ja... Ignoriert zum einen, die es auch nicht leicht hatten. Und zum anderen diese Menschengruppe auch noch in meinen Augen diskriminiert. Weil... In dem Moment, wo man sagt, es sind Spackos... Entschuldige dich... Ich kann es nicht... Vielleicht noch mal was war dieses Wort... Ähm... Tut man ja damit den behinderten Menschen Unrecht. Und man tut sie diskriminieren. Man verurteilt es in gewisser Form. Und man beleidigt auch die. Und ich finde es eine Frechheit, dass man... Dass man auf der einen Seite sagt, wir wollen alle offen sein. Und wir wollen den Menschen gegenüber toleranter werden. Und auf der anderen Seite eine ganze Menschengruppe komplett beleidigt. Komplett... Ähm... Komplett deren ihre Bedürfnisse und ihre Problematiken ignoriert. Und das nur, weil man in dem Moment so in diesen... Tiefen... Wir müssen doch da jetzt was tun. Gerechtigkeitssinn. Der dann aber nach einer Woche... Wahrscheinlich... Nach wirklich nach einer Woche... Nach zwei Wochen... Total den anderen wieder egal ist. Ähm... Zusammen sich aufregt. Und das finde ich so was, wo ich sagen muss... Da könnte ich jedes Mal... Im... Im... Ja... Im Spalier kotzen, weil ich das einfach so... Entschuldige dich... Es tut mir wirklich leid für die Formulierungen. Ähm... Weil es mich so aufregt. Ich bin jemand... Ich bin... Auch groß geworden mit Menschen mit Behinderungen in meinem Umfeld. Ich selber und auch meine... Also auch meine... Ja... Familie... Sind teilweise eingeschränkt. Meine Mutter, die hat Probleme. Mein Vater hat ja, wie ich schon mal erwähnt habe, sowohl Rheuma als auch MS. Und der... 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 Gilt als... Schwerbehindert. Genau wie ich eben auch. Und ich möchte da sagen, dass ich dann... Unfair finde, dass man immer diese... Entschuldigt, dass ich das jetzt so formuliere. Aber so geht es mir in meinen Augen. Diese scheinheilige Toleranz hat. Weil... Man sagt auf der einen Seite, ich bin jetzt tolerant gegenüber der einen Gruppe. Nämlich schwulen, lesben. Ähm... Dass man dann... Wiederum... Die, die denn nicht dieser Gruppe, bei der man gerade seine Toleranz beweisen will, angehört. Komplett ignoriert. Und die dann auch anscheinend gar nichts zu sagen und nichts zu zählen haben. Also... Vorsicht, bitte. Okay. Die Tür könnte aufgehen und dann kriegst du eine Tür ins Gesicht. Das willst du nicht. Entschuldigt, ich habe mich auch dabei. Und ich muss kurz mit Leo reden, damit ich mich ein bisschen abriege. Also... Ich habe schon oft mitbekommen, so Geschichten wie... Wir müssen toleranter gegenüber den Muslimen sein. Wo ich auch... Ich bin auch jemand... Ich bin wirklich für Toleranz. Ich bin wirklich dafür, nicht nur zu tolerieren, sondern zu akzeptieren und auch zu integrieren. Dass jeder... Dass jeder dieselben Rechte hat wie jemand anders. Egal welcher Sexualität, welcher... Welcher Rasse... Oder welche... Welche Einschränkungen er hat. Egal. Und... Ich habe da solche Sachen gehört wie... Man muss doch die Muslime mehr integrieren. Und dann auf der anderen Seite hat die Person dann sich wieder... Also ich habe wirklich ein Gespräch geführt mit jemandem. Und diese Person hat dann wiederum auf der anderen Seite gesagt... Ja... Und... Mein älterer Bruder ist ja der totale Spaß. Da dachte ich mir nur so... Wow... Frischst du gerade meine Teppich? Ich muss mal ganz kurz entschuldigt. Fui... Man frisst nicht Mamis Teppich. Geht gar nicht. Entschuldigt. Auf jeden Fall... Ich für meinen Teil... Ich gehöre zu den Menschen. Ich sage... Wenn man für Toleranz oder Akzeptanz oder gar das Integrieren aller möglichen Lebensstile und Lebensarten... Für sich wirbt... Dann sollte man aber auch dann so sein, dass man es nicht nur in Taten tut... Sondern auch in Worten. Weil... Es werden viele unterschreiben können... Nicht nur Taten verletzen, auch Worte. Und ich für meinen Teil... Ich finde es verletzend, wenn einer sagt... Wenn jemand sich über Behinderungen lustig macht... Oder gar... Und das ist etwas, was ich auch manchmal hier und da mitbekommen habe... Wenn Leute in Videos sagen... Ich muss hier... Ich schiebe hier meinen Autismus-Kick. Oder... Ich habe hier meine autistischen Momente oder irgend sowas. Wo ich mir dann denke... Das kann sein, dass du das jetzt für total den zutreffenden... Die total zutreffende Beschreibung hält. Aber... Erstens... Du bist kein Autist. Zweitens... Du weißt nicht, wie es ist, als Autist zu leben. Und drittens... Finde ich es eine Frechheit, wenn jemand sagt... Der es nicht weiß, wie es ist. Oder der nicht betroffen ist. Und der auch keine Betroffenen kennt. Nach meinem Wissensstand. Oder der nicht... Der das nicht mit jemandem abgesprochen hat. Kann man das jetzt sagen oder nicht? Und der wenn uns abgesprochen hat... Nur weil der jetzt ein Schwuler sagt... Das ist in Ordnung... Entschuldigt die Formulierung... Entschuldigt, entschuldigt, entschuldigt... Schwuchtel zu sagen. Oder ein Behinderter... Man kann mich ruhig spasten. Oder ein Autist sagt... Ja, Autismuswitze sind lustig. Das heißt, es ist nicht grundsätzlich... Entschuldigt, ich habe hier ein Hasen. Das ist in Ordnung ist. Und es gibt nicht das universelle... Okay, nur weil du einen Menschen gefragt hast... Und meinetwegen auch nur 20 Menschen gefragt hast... Dir da rauszunehmen, diese Formulierungen zu benutzen. Das ist nicht in Ordnung. Und wenn du denkst, dass du dir das Recht rausnehmen kannst... Dann bist du eigentlich an sich die intoleranteste Person, die ich kenne. Weil für mich heißt es in dem Moment, dass du alle über einen Kamm scherst. Nur weil mir einer es okay gegeben hat... Nur weil einer gesagt hat, ist es in Ordnung. Und das ist es nicht. Ja, das war mein heutiges Video. Und es ist eine Mischung aus Entschuldigung und Verteidigung und auch ein bisschen Angriff. Es tut mir leid. Also... Ich würde mich freuen, wenn ihr mir meine Kommentare schreibt, wie ihr das seht. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter und auf Facebook schreiben. Oder eine E-Mail an www.retem-outlook.com Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Woche. Ich werde jetzt diesen kleinen Mann hier verkuscheln. Und dann gleich noch ein Video drehen. Wir sehen uns dann. Bis bald. Tschüss.